Ladies and Gentlemen, liebe Pelikanen, willkommen zurück zu Life is Strange, Episode 4. Es wird endlich wild, wir kommen dem Rätsellösung immer näher. In der letzten Folge, die ich persönlich sehr langweilig fand, weil wir diese ganzen Rätsel zusammenschnippeln mussten und alles und das war fucking boring. Und jetzt sind wir hier angekommen, nachdem wir das alles gemacht haben, sind wir hier an so einer Scheune angekommen, die irgendeinem Familienmitglied der Prescotts gehört. Und wir müssten jetzt herausfinden, wie wir diese Tür aufkriegen. Meines Erachtens werden wir erstmal dumm angeschrieben von der Seite. Ah, come on, what's all this cool aus? Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Dear Mr. Watson, dear Mr. Watson, Metal Sheet, move. Move, bitch, get out of the way. Get out of the way, bitch. Hey, yo. Hell yeah. Yes, Maximus rules. God, this is way too Blair, witch. I have goosebumps all over. Come on, Spirits. Doesn't photos. Creepy. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, no, no. Look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donaten new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bombshelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Okay, wir sind auf der Suche nach clues. Wir müssen mich blau und schlau lösen. Aber das kann nicht das einzige, was er... Auch Harry, Aaron, Prescott war in den Selfies. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Ich sehe komische Sachen. Wir haben blau und schlau gelöst. Ja, wir haben blau und schlau gelöst. Nein, wir haben blau und schlau gelöst. Ich denke, die Prescott sind nur geboren. Was ist das? 1903. Ach du Scheiße. Es geht um irgendwelche Schulden. I don't give a shit. Ähm. Oh, was ist hier? Okay. Es gibt keine Grund, für jemanden zu fahren, hier zu fahren. Aber es muss sein. Wow, Herr. Habt ihr über die Hände auf der Range? Oh, was ist das? Natürlich nicht. Man kann ja nicht mal draufdrücken oder so. Of course not. Of fucking course. Bacon, 70 Pfennig. Zucker, 50 Pfennig. Cocaine, 2 Dollar. Aha. The good old days. That's how we do it. So, was gibt es hier? Nix. Nix. Ground. Ist da eine Feiltür? Wow. Shh. What is this? It's totally brand new. Oh my God. Ist da drinne Samuel eingesperrt? Das wäre pretty fucking awesome. Okay, Chloe. I found some kind of hatch. Let me know, the second one can go. So many Haystacks. So few needles. Chloe. Can you give me a hand? No. Okay, es wird fucking interessant. Ich weiß zwar noch nicht, was unser Ziel... Also unser Ziel ist es, die Tür da aufzumachen. Nur ich weiß noch nicht, wie genau wir das... Oh, eine Eule. Eine Eule! Ich bin ein ganz großer Fan von Eulen. Ich liebe Eulen. Eulen sind toll. Ah, die sind nicht gorgeous. Die ist fucking gorgeous, die Eule. Okay. Yes, what are we supposed to do now? Hey Chloe, can you attach the hook to that padlock? Oh, you are clever. I am all over this. Thy will be done. Dann, you better step away from that hatch. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Hmm... 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 Please be careful up there, Max. Max, use your rewind and get that motor back up there. Ach so, ja natürlich. What the fuck? Boom, boom. Müssen wir hier sagen, please attach? Oder hat sie das attached? Aber eigentlich ist sie ja zurückgegangen. Jetzt halt doch. Und jetzt müssen wir den runter schieben. Max Giver Fliegt man nicht. Oh, fuck yeah. Tja, da gehen wir runter. Voll cool. I like. This bunker is so surreal. This is too heavy to break, so I'll need a code. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. I don't want visitors. I like to do it. Ähm... Wie kommen wir an die Files? Nein, 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 nein. Da dieses... Von... Von ihm. Brauchen wir die Bilder Fuck Er hatte doch irgend so ein Ding mit Nummern Wir gehen hier mal kurz was durch Wenn mich diese Sterne abfucken Ich gucke ob hier irgendwelche Nummern sind Entweder ist es hier oben irgendwo der Hinweis Aber, aber, aber Da war kein Hinweis Da ist einfach nur ein Foto Da ist keine Nummer drauf Tracks Crate war auch Ich glaube nichts Das war das was wir hatten Aber ich finde dieses Er hatte auch da wo es um sein Handy ging Er hatte da auch irgendwelche Nummern aufgeschrieben Weil hier draußen sind Das ist bestimmt kein Hinweis, oder? Okay, wir können das nochmal abchecken Hier war das Auto Hier war der Eingang Hier ist nix Hier ist unser Auto Ah, wie komme ich an diese eine Nummer ran? Ja, wir müssen nochmal durch unsere Fights gehen Gleich, aber Vielleicht können wir noch mit Chloe reden Vielleicht hat die eine Ahnung Vielleicht hat die ja irgendwas gefunden Hier ist auch nix Ah, wie kommen wir da dran? Nope Nope Ähm Scheet Wie, wie war diese Wie kriege ich diese scheiß Nummer raus? Wie, wie war diese Ich bin ein bisschen confused Ich denke Hier kann das auch nicht sein Hier ist auch keinen. Zählen wir mal zusammen. 300. Oh Gott. Fuck, okay, warte. 60, 135, 335, 435, 435. 485. Ah Gott, ich habe immer Probleme bei sowas. Was mache ich jetzt? Ich mache jetzt natürlich 85, 555, 569. Weil ich mich nicht verzählt habe. 5, 6, 9. Du kannst es machen, Max. Du hast es lockt, dummer Scheiße. Habe ich falsch gezählt? Das kann natürlich sein. Also. 14. Dieses 14. Fuckt mich ab. Egal. 14, 84, 134, 234, 394. Plus 5 ist 399. Plus 1 ist 400, 469 und das ist es. Fuck. Oh. 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 Ach so. so jetzt habe ich also 245 es gibt verschiedene okay 245 425 4 5 2 244 252 hatten wir glaube ich aber ich probiere es nochmal 5 2 4 5 4 2 ich versuche hier irgendwas zu zählen und alles so richtig undercover boom oh ja du musst einfach was ausprobieren ok ladies and gentlemen wir sind richtige safe knacker richtige brains muss ich sagen das war jetzt sehr wild das war aber ziemlich cool vielen dank fürs zuschauen haut rein und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal